und weiter geht's mit einer neuen folge so ist alles gesagt so ist es ich habe euch ein waypoint trader geschickt damit werden haben ich hoffe ihr habt ihn auf der auf der map herr schreiber sagt immer so gerne haben ist besser als brauchen so wie sieht es aus wir ziehen um oder ziehen nicht um wir sagen wir gucken erstmal genau würde ich auch aber ich würde trotzdem hier zumindest einen land claim hier drin setzen dass die anderen wenn die das zufällig finden hier nicht anbauen können und irgendwie drüber kommen wir könnten alles mitnehmen dann hat sich der fall kann man nicht so viel dass wir können alles aufteilen und fertig ist ja das ist doch nur fünf mal fünf oder 15 blöcke ist eingestellt 15 wir haben extra größer eingestellt also ich glaube also entweder bauen wir hier oben auf dem dach unsere unsere nacht unterkommt oder woanders auf dem dach dach funktioniert nur wenn wir ich zeig sie mal wenn wir hier so anbauen beziehungsweise höher setzen weil du siehst das da schon den unterschied das ist nur ein halber block des dach wird aber als das ganze gewertet das ist das problem ja also entscheidung weil hier sind die zombies schnell durch na also ich würde sagen wir suchen das ist nicht sicher hier legen das haus also dann lassen wir einziehen lasst uns einpacken fertig genau dann packen wir ein und reißen die treppe an das ab das ist das einfachste um nicht gleich verteidigung aufbauen zu müssen ja und nehmt euren bedrollen mit wollen wir in die kleine siedlung ich habe zwei drei häuser stehen ja können wir machen oder ihr kraft kraft solchen 9 lasst genau wie kraften 9 genau lasst ihn hier dann sind wir nicht alles weit weg oder mal die fackel packe ich noch wieder ein außerdem ist auch eine neue die platz für den ständigen ach komm an bitte das ist nicht fünf euro dankeschön ja regenbogen aus genau dasselbe problem ist aber jetzt weiß ich es so okay ich brauche nester ich brauche auch wieder ich habe noch fünf pfeile sechs pfeile hat eine ahnung wo es lang geht 20 euro dankeschön ja hinter dir was da bin ich noch 74 pfeile die siedlung habe ich alles klar moment moment mit auf dem weg aber es wird mir gar alle zur siedlung ist wie hin ich laufe einfach mal den pfeiler hinterher ich brauche noch ein paar steine schnell wie sie wird mir ich weiß ich weiß auch mit mir wurde der auch nicht angezeigt jetzt hat wir machen ja nichts wir zocken ja hier nur ein bisschen mehr machen wir gar nicht ja aber es reicht ist jung ja immerhin wir können das bewegen sich mal so um genau das ist das hat noch keiner gesehen sehr schön und waren wieder nur ein ei drin ich hab's heute aber auch mit den nestern ich höre hier sterben kann das sein habe ich habe fleisch dabei wo ist der gestorben dann nämlich hier hier ist okay das war vielen dank für ein follow fall und um deine frage zu beantworten wir spielen einmal e drücken auf einem geschlossenen server das hin allerdings will ich hier mal kurz aus ich werde mal zuerst einmal genau allerdings in zwei gruppen ja alles klar er seid ihr noch hinten oben an der dinge raus oder wo seid ihr guck mal auf die map hast du uns getrackt wir kommen wir kommen ach ihr seid ach so ihr seid noch gar nicht losgelaufen deswegen wir kommen und ich werde mich stellt locker ja da ist auch ein zeltlager da in der nähe das stimmt ich sehe es gerade das ist noch eine kranke schwester ab die post feierten ganz einfach weil wir in zwei gruppen spielen also es gibt hier zwei fünfer gruppen die haben wir zu beginn ausgelost in der anderen gruppe sind jack fleischhammer welkrai ist mit dabei regenbogen aus danke für ein follow jack fleischhammer ist mit dabei wie gesagt welkrai mayo schröber omega ist mit drin und danke für die spende für die kids und auch dafür dankeschön für die spende für die kids richtig so wolltest du nicht noch den multi dinge irgendwie posten bei mir näher wenn man jetzt mich irgendwer wollte doch noch den fertigen multi twitch link posten ja weil ich jetzt gerade schon jetzt ein bisschen erschrocken war ich habe das nämlich so nicht auf mich gezogen aber vielleicht max vielleicht könntest du das mal kurz machen oder sabrina einer von euch beiden genau so ist es also es ist pvp in zwei gruppen wir werden täglich also die die airdrops sind recht häufig eingesetzt also so dass ich sage mit dem follow dankeschön aber max sabrina einer von euch beiden vielleicht könntet ihr den link für multi twitch mal fertig machen für die die jetzt hier in der gruppe sind genau richtig das wäre furchtbar lieb da ist ein hirsch wo ich bin ich habe mich doch getrackt erschießt ihn erschießt ihn ich habe kram dabei ich kann seinen ganzen loot aufnehmen wen den herrsch wo immer er ist dankeschön chinato grün 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 eine kleine das ist eine große tat jeder zent echt wahnsinn 2059 angefangen hast du den herrsch erlebt schnitzel nein ich laufe gerade hinterher der will nicht vergisst es dann lass uns lassen 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 laufen wir finden noch andere kommen okay machen wir bleiben macht macht nicht den weltweiten noch laufen wir sind jetzt momentan auf der strafe dieser gravel straße dankeschön für den follow richtung richtung nordwesten und die drückt da kommt man zu mir da könnte ausnehmen so ich komme jetzt in eure richtung gelaufen also es würde mich nicht wundern zeige ich ganz ehrlich wenn die herren fleischhammer schröber welcry und co ja und die danke für den host ich war gerade kurz abgelenkt wenn die an der kirche geblieben werden würde mich nicht wundern zumal ja fleischhammer und schröber mit der kirche ein bisschen erfahrung haben so wie weit seit ihren glaubt ach seid ihr an der siedlung dort in dem meer steppen bereich schon was stimmt das ist steppen bereich da dürfen wir nicht hin zum bauen nicht also bewegen hinbewegen dürfen und schon aber nicht zum bauen okay leute aber ist das ist doch die steppe da ist aber keine steppe ja nur laubwald ne also nur laubwaldium ja aber ist er auch da ist ja also nur laubwald nichts anderes ja ja sind wir das also die siedlung ist ja mit dem laubwald also mal eine hallo an alle von mundi oder ich bin jetzt nur die steppe nach die siedlung dahinten meinst du ah ja ich weiß nicht okay das seid ihr nee also also multilink schreibt man so wie ich oben geschrieben habe dann schreibt man slash und dann ein namen slash nächster name slash nächster name slash so geht ein multilink okay ich meinte aber nicht diese siedlung wo rennt ihr rechts die laufen weiter auf jeden fall in der steppe sieht man gut die die nester genau ja also das da hinten ist aber schon kein laufwald mehr noch keine kölnisch dankeschön danke für die spende was haltet ihr alternativ denn weil das ja hier gerade super geklappt hat von der working working stiff hier bei der swill ja wenn die anderen dann mir egal sucht einfach was aus ich konnte den toolshop direkt bei dir der wäre vielleicht auch sehr genial direkt oben auf dem dach wenn die anderen da nicht sind ich glaube da mal in die richtung ja aber schon wieder ein kaktus ich komme sonst mit er sammelt aloea auf und schnitzel mit pommes nein das ist überhaupt nicht schlimm kein also jeder zuschauer der irgendwie nicht spenden kann das ist überhaupt nicht schlimm durch eure anwesenheit supportet ihr das schon das ganze hier und die die vielleicht einen eigenen kanal haben einfach einen host reinhauen dadurch supportet ihr das auch ihr müsst nicht spenden wo seid ihr denn soll sich auf jeden fall keiner irgendwie gezwungen sehen jetzt nur weil er hier zuschaut jetzt dann was spenden zu müssen also um gottes willen nein das ist kein Tipp bitte nicht alles freiwillig alles freiwillig sagt mir noch mal kurz ihr seid jetzt schon wieder da hinten wo wo wollt ihr denn hin habt ihr ein ziel oder seid ihr schon da also wir haben also ungefähr von 30 sekunden über das ziel gesprochen okay alternativ ist hier noch eine zwischensiedlung also bei mir hat max max gerade mal die den link für den multitwitch reingesetzt max danke schön also es ist wie es gongy gerade schon beschrieben hat im endeffekt multitwitch punkt tv schrägstrich schnitzel gameplays bei mir lp gongy asrack tv nordisch hd also alles getrennt jeder einzelne kanal durch einen schrägstrich mehr nordisch was meinst du was meinst du wenn wir hier in der base irgendwie im haus die schrägstrich abreißen wir sollten auf jeden fall erstmal eine nacht base haben ja ja lass uns erstmal eine base einrichten das war auf die siedlung hier können wir ein bisschen looten ja das ist auch die siedlung wie ich gemeint habe dankeschön für die gute sache da hast du vollkommen recht dafür sind wir angetreten ist einer drin irgendwo okay ist das jetzt da unser haus ja mal hier das erste guck mal hier kannst du die die treppe relativ easy wegnehmen dann kommen die zombies nachts auf jeden fall stein aus hier ja das ist gut das ist gut seid ihr hinten rein oder wo seid ihr rein ach hier am fenster kleines loch reingemacht also ihr seid schon alle da hier seid ja gut ein marker setzen aber wer hat mich da gehauen wer war es jetzt kommt auf jeden fall gerade mal ein paar zombies ja die sollten wir vielleicht erst mal klären ich knall hier meine fakten hin an die wand dann gehe ich gleich raus ja am besten da wo war reinkommen ist doch und dankeschön vielen dank für deinen sport ja du schlampe ein mnr vielen dank für den hostie vielen herzlichen dank von hinten kommt noch einer wer wer ist damit mir gerade draußen mit dem mining helm ja dann kann man das schon vorbei gut aus den dicken da nehme ich die schwester ach scheiße man für die stadt wieder dir kommt noch ein zappler dann räume ich auch erstmal draußen auf das war schlimm es wäre ganz gut ist nämlich einige ja es war richtig knapp geworden hält vom erdbeerfeld ein mietchen dankeschön für den follow denkt denkt im zweifel an eure band und drüben freund dankeschön ich weiß ich weiß die erste krumme ja jeden tag ja ja danke für den richtung nord nordwest das sind zwei ich kann nicht eine ist südwest ich lauf zum erdruck geht einer mit falls die anderen da auch hingehen es sind zwei angezeigt eine genau die richtung im westen nehme ich noch nordwesten westen ja da laufe ich ja gerade hin wir laufen zu zweit dahin dann nehme ich sonst den anderen hier da rechts von uns ist tausend sind noch welche richtung südwest nämlich den ok kiks bist du vor mir schon ja ich bin direkt hinter dir ist irgendwie sind wir schon im haus drin oder sowas ja wir haben die treppe bis jetzt weg gehauen und ansonsten wie die zombies gerade davor ok da im haus sind aber noch welche drin sind sie von hinten durchgekommen der airdrop halte ich da noch ein bisschen zurück kiks der ist noch nicht unten ja aber gleich gelandet wo ist das zeug ich bleib mal hier in der umgebung gut gut und rückwärtsgang ja ich habe noch das fleisch einstecken verdammte hacker warte mal ich tue gleich noch mal ich holte ich nehme bei den holz noch mit und du hast super geil und eine mensch für die minibikes aber gut ja gut minibike so weit werden wir wahrscheinlich gekommen deswegen danke für dich schön der geil leute sehr geil völlig krank völlig unglaublich so eine zahl hätte ich nicht mal also wir haben ja im vorfeld unterhalten deswegen habe ich vorhin gesagt ich werde es nicht aber ihr wisst was was im vorfeld so in den vorbesprechungen zu gefallen ist auch von meiner seite her also dazu mittlerweile was da jetzt wobei da jetzt schon stehen im endeffekt da fehlen wir schon bald ein bisschen die worte muss ich ganz ehrlich sagen ich weiß schon gar nichts was ich sagen soll also ich habe irgendwie dreistellig hätte ich gerechnet ja ich auch wenn ich aber nicht das und das ist ja eine geile nahrzeuge weit vier stelle ich das ist richtig krass und man muss dazu sagen das was bei uns angezeigt wird der auto das weiße hier denkt dann das auto ist voller not also das was ja bei uns hier angezeigt wird muss man dazu sagen das ist ja noch eine normale die volle summe weil weil ja parallel noch mal ein was vorsichtig kommt schnell beziehungsweise ja auch bei ommel noch die möglichkeit ist wenn es noch so ist wovon ich ausgehe zumindest hat er nichts gegen das gesagt eben von wegen pay safe eben noch ja genau tippe bei mir auch ja romja dankeschön für die vier euro sind bei mir über tippe gekommen weil nicht jeder paypal hat kommen quasi auch noch mal ein tropft wie vor achtung dankeschön wir kommen ja gerade wieder rechtzeitig zurück sehr schön aber wir haben ja noch einiges zu tun doch ja aber das wird uns nicht schaden der loot wenn ich nur leid habt ihr drin schon kisten oder wie noch nie im auto im auto ist nur nix 40 eimer alter wo kommt er her ich gehe rein und ich baue drin mal schnell oben ein paar klein dass die schon mal drin sind zwei stück zumindest hammer er hat mich gar nicht mehr hoch also bei mir sind was ich reingekommen sehr geil sehr sehr geil ganz bei mir fragt grad max nach ob man bei dir auch per sofort überweisung quasi bezahlen kann ich weiß nicht ob das über tippe geht ich muss im zweifel mal schauen ist tot weiß das einer von euch ich habe keine halle nicht hinten im garten müssten noch einige sein einfach sonst mal ausprobieren und ausrufezeichen multi seht ihr alle spieler die stream und wenn man das als namen daran schreibt hier wir brauchen leute das sind auch die namen die sie bei schwester also einfach den mit flash mit ranpacken und dann seht ihr ob der stream ich weiß es nicht ob maio stream normalerweise geht davon aus der maio stream ab sie sehr gut ist aufgeräumt glaube ich das sieht jetzt ja ja das sieht gut aus hier okay ich habe ja auch noch mal ein bisschen nut rein ich habe hier auch noch mal über 60 also fast 70 federn inzwischen noch was ja da hinten im garten glaube ich da kommen aus dem kopf aus der garage schnapp ihn dir ja ich bin auch hunted scheiße jetzt läuft das viel weg hat er mich noch gesehen warum bin ich hunted scheiße der läuft weg zu spät was so ein bett nein ich habe mein kram ins auto geworfen ich habe eben zwei kisten im haus sind zwei kisten fertig hängen an der wand oben direkt wenn ihr oben ums eck rum kommt ich hau erst mal rein da hinten klopft doch noch irgendwo was also ich bin hier am steine kloppen wenn du das meinst wenn du klopft wie ein zombie ja der couch ja das sind hier in den häusern sind welche drin ein paar da hinten im garten sie im pool sind noch drei zombies in der linken ist es auch noch mal die melde und unser trick wir haben gerade ein problemchen hier rauszukommen habe ich das gefühlt also die aus dem roten streifen mitten im bild feld die moin moin und streiten bild wo denn mein zu feld die wo ach so die frage war aus dem chat zu höchlich nicht von mir so jetzt gucken wir doch mal kurz nach welcry 5 tode also es ist fast fast der einzigste wollte ich gerade sagen der gestorben ist bisher aber der weiß schon dass man überleben muss oder das hat ihm ja einer gesagt das weiß ich jetzt vielleicht glaubt er auch dass es punkte gibt auf die wer am häufigsten gestorben ist oder so liebe ja schon bitte nicht spoilern was die anderen machen wenn ihr da auch schaut ja nichts wollen ganz wichtig wir kommen schon und wir kommen ohne klar sieht man ja also weil unterstützt uns tatkräftig ja kleines jungs dankeschön sehr schön bitte 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 die ist jetzt endlich kaputt die sicherheit 100 euro und dankeschön als der range gefunden sehr neues sollten auch die autos zerlegen ich habe auch ein kochtopf alles wird gut alles wird gut sehr gut auch mein bogen ist kaputt ich habe noch eine range perfekt jenny dankeschön dankeschön essen wird eng bald bei mir ja bei mir auch sobald wir die kämpfe haben und der kocht geht geht unbedingt ihre seite von ziehen der wahnsinn seite julian vielen dank fürs follow ich habe noch einen kochtopf alles gut ist schön durch ich hänge ja noch mit dem zappel philip da hinten rum der macht noch sportübungen der springt auf und ab jetzt ist er tot ich habe iron boots gelernt auch wenn wir wahrscheinlich zwingen brauchen sobald wir eine fortschreie haben müssen wir bessere ausrüstung machen also gongi zu deiner information du hast auch sofort überweisung ah sehr nice also ich werde das wahrscheinlich am ende des streams dann einmal komplett rüberhauen dann von von meinem account quasi rüber weil ich muss da tatsächlich ein paar minuten oder ein paar tage warten bis ich es bekommen von tippie das macht aber nichts wollte er noch max has donated 5 euro klasse aktion vielen dank max dankeschön dankeschön danke So hinten ist jetzt der garten soweit auch safe Definitiv dann kann ich jetzt endlich noch eine neue axt machen Ich habe eine pistole gefunden Ja Ja doch Ja Ah die Pistole Das ist ja eine Pistole hat das doch geil Achso Ich habe seit heute Nacht schon eine Pistole mit einem 50er Entschuldigung ich wusste nicht Dass du denn die Hose aufmachst Das hätte ich natürlich Ja Pistole ist genau mein Ding Hallo Natürlich Ich und Pistole das ist eine Einheit Also ich muss sagen Was wollte ich jetzt sagen genau Ich habe jetzt gerade total empfohlen Ich frage was Nein ich habe Ich dachte ich wäre jemand anderes Ich habe jetzt gerade im Moment wirklich gedacht dass da wäre ein Zombie irgendwo bei mir Deswegen war ich dann irgendwie doppelt weg Jetzt weiß ich nichts was ich sagen wollte Irgendwas Keine Ahnung Dieser Satz kein Wert Oh Mann Oh Mann ja So ich komme jetzt erstmal schnell rein Lassen Sie mich durch ich bin neugierig Okay Dankeschön Ja kass No room Ihr seid verrückt Sind alle drin? Nope Ich bin hier unterwegs Ich fange mal an hier unten Einigermaßen dicht zu machen auf jeden Fall Ja die Frage ist Ob das gut ist Gleich das so optisch zu zeigen Weißt du draußen Ja eben 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 Wir dürfen kein Anzeichen außen haben Kein Licht oder sonst was Naja aber dann müssen wir ja die Fenster zu machen Das meine ich ja damit Ja aber selbst das würde es Asra kommst du hier nochmal rein Ich komme Ich komme Jetzt sieht es so aus als wenn wir hier nur looten waren Wenn wir jetzt natürlich hier jetzt schon direkt das Fett alles verbauen Dann sehen die ja schon mehr oder weniger von Weitem Dass hier unsere Base ist Ja gut Was denn Ich muss mich erst entmüllen Ich muss mich erst entmüllen Ich komme gleich So ne stopp Als erstes lege ich mir meinen Schlafsack jetzt mal hier hin Dann fange ich schon mal an zu kloppen Hier ist nämlich ein Guns safe Ja ja ich komme gleich Ich muss nur meinen Schlafsack loswerden Und krempeln Ich mache mal ein paar Rampen Für den Aufgang Um die Treppe noch ganz weg zu kloppen dann Wo ist denn die Kisten da Ich müll mich mal in die Kisten Da sind jetzt die Kochtürze drin Ja entschuldigen Vielen Dank trotzdem fürs Reinschauen Es ist natürlich Pech Wenn das Internet jetzt so ganz so funktioniert Trotzdem danke Und ja Vielleicht bis zum nächsten Mal Wer hat denn die Knarre gehabt Äh Kix Ja Kix brauchst du die in 9mm Oder Scherker Würdest du die teilen Kann ich gerne tun Ich würde sie auch gegen unsere Gegner einsetzen Versprochen Ich würde gut für sie sorgen Ja das freut mich Absolut Dann kann ich Wo bist du denn Jetzt auf der Treppe Und Ayuta Wenn ihr gleich die Fragen beantworten Was das Team angeht Kaxe sind die Kohnnissen Vielen Dank Dankeschön Ich bin in die Schreibtischstöße neu Alles gern Danke Hast du auch Munition dafür oder nicht Ja Ich zeig sie auch nochmal wie die Teams verteilt sind Kixl, Asrak, Nordisch und Schnitzel sind in meinem Team Danke Es gibt noch Stress mit irgendwelchen Zombies Ja Wir müssen nochmal raus Wer kommt mit Wenn ihr Hilfe braucht sagt Bescheid Ich bin hier gerade beim Safe fallen Ich hab gedacht Ist direkt einer vorbei Boah Wie schreckt Oh Wanderhorte Oh shit Wanderhorte Das ist nicht gut Und die haben uns nämlich schon entdeckt Ja Die kloppen schon auf den Zaun hinten beim Pool Ich komm raus Kommt raus Nicht mit denen kämpfen Sonst einfach weglaufen Wo geht's denn hier aus Verdammter Hacker Ja Dann führen wir sie weg PvP Event Genau 5 gegen 5 Ach Tür ist auch noch nicht auf Die sind direkt hinten dran Wir müssen die weglocken Dann müssen sie anschießen Und weglocken Ja Genau 20 Uhr Oh der eine ist drüber Ja das sind mehrere schon drüber Oh Better place to be Vielen Dank Nice Better place to be Moin moin Sehr gut Wir müssen die anschießen Dass die hinten aus dem Haus rauskommen Aus dem Garten Aber mir folgt aktuell nur ein einziger Der Rest verflüchtigt sich da irgendwie Achtung Weg 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 Versucht man nebenbei noch Wasser einzusammeln und so Wasser? Ja wenn ihr das noch schafft Also leere Gläser ne Achso Ich bin dabei Federn aktuell einzusammeln Ich hab keinerlei Essen mehr Ich hab nichts mehr zu trinken Gar nichts Wie schaut es Ihnen im Garten aus? Wir müssen relativ viel Fleisch haben Ja ich hab auch noch mehr drin Ah ich hab grad zwei Wasser eingesammelt Okay Im Garten noch welche drin? Ich geh gucken Ja da sind noch welche Drei Stück Einer im Pool Der ist erstmal wurscht Der packt fest Einer ist wieder rausgelaufen Durch den Zaun Ein dicker ist da bei mir Die eine die wegläuft Lass mal weglaufen Ist egal Oh Gott Ich glaub wir kriegen hier im Haus auch Besuch Sieht sich nicht nett an Oh mein Stamina geht schon runter Im Zweifel haben wir dann halt die Treppe Die abgerissen ist Und müssen wir die dann halt so töten Ich mein die kommen dann zumindest nicht hoch Solange kein Spider dabei ist Ich hab den angeschossen Was wir im Dicken ist Der dick ist Alles klar So dann vor 21.12 Uhr das wir zumachen Auch nee da ist ja gar nicht die Wand Die ist das hier War der noch nicht Ja ich bin noch nicht dran Ja ich weiß Max Essen und Trinken nicht vergessen Habe ich schon gesehen Vielen Dank aber nochmal für den Hinweis Hier ist noch irgendwo einer Haben wir das erstmal rein Egal Es sind noch irgendwo welche Ich hab auch noch sieben Eier einstecken Ja es sind aber welche vorbeigezogen Also Sind alle herinnen oder noch jemand draußen Ich bin auch draußen Wir sind auch draußen Wir sind auch wahnsinnig dunkel Zwei Frames hier hin Pixel kommst du rein? Ja bin drinnen Ich mach zu Ich brauch Ich brauch Licht Ich hab doch gesagt ich bin noch draußen Also wo ist meine Fackel Meine Fackel hängt da nämlich schon irgendwo Komm rein Tür ist offen Genau Mach mal gleich mal Ich seh nichts ne Ich auch nicht Ja draußen läuft man hier was Da ist die Treppe Der letzte Frame mit hochnehmen Ist glaube ich Asrak ne Ja ja Und dann weiter kloppen hier am besten Direkt Haben wir noch Fackeln? Ähm ich hab meine hier hingehängt An die Seite Elthor Runtime Runtime Von Elthor 5 Euro über Tippi Sehr nice Danke Dankeschön Dankeschön Sabrina Vielen vielen Dank Äh Da ist sie Bei mir ist es viel dunkler Wie bei Schnitzel Irgendwas stimmt mit dem Gamma nicht Ich hab mein Gamma hochgestellt Auf 100 oder was Ich seh'n meins eigentlich Im Moment seh'n ich alles gut Glaube Äh Einmal sowas essen Oh Mann Okay haben wir schon Da unten ist ein Campfire So Da ist ein Popsoft drin Der Razer Wo sind leere Gläser? Und Val Halte dich mal beim sterben zurück Genau Man kann's auch übertreiben Ja genau Ich weiß Ich weiß Das wissen wir jetzt Was das kann So Ich hab auch Birky Gläser rein Ich bin Zweieinhalb Minuten Gleich AFK So Ich bin aus der Kiste raus Hab meinen Loot rausgepackt Muss auch gleich Wahrscheinlich mal Austreten Boah Ist das wahrscheinlich Sehr wahrscheinlich Ich bin undetected Ähm Ich auch Ich bin sensed Oh Kicks wieder Toll Immer das gleiche Hast du gleich dabei? Asrak hast du Eine Brille gefunden? Ja Ich hab eine Brille gefunden Ja Max Da hast du natürlich auch recht Einer muss zeigen Wie man's nicht macht In dem Fall ist es heute mal well Ich muss was essen Ganz dringend Wunderlich So ich könnte gleich mal Ein paar Pfeile natürlich herstellen In der Kiste ist noch ein bisschen was? Äh Well ist bereits fünfmal gestorben Jack Fleischhammer einmal Und da ging das noch nicht mal los Da ist Jack schon gestorben Ja das stimmt Ah Tyx schreibt gerade bei mir Ähm Seele spendet fleißig Pro Welltod Fünf Euro Hat also seinen Sinn Ah Aha Okay Sehr nice Cheater Das hat er Das haben sie bestimmt Aber auch nur so gesagt Ja Kann auch so Möglich Damit sie das dann ein bisschen Ähm Ich bin gleich wieder da Bis gleich Ja bis gleich Ja alles klar Extra Kaschieren können Wir haben zwei First Aid Kits Bitte nehmt jeder eine Oder soweit möglich Jeder eine mit Damit ihr sozusagen Nicht umkippt Ja eins hab ich selber schon Einstecken Ja ich auch Ähm Es sind noch zwei übrig Ich nehm mir mal ne Ach ne ich hab ne Ranch Okay ich will dann auch Noch ein bisschen Kleinkram holen Da ist noch ein Cooking Grill Sehr geil Den setzen wir Natürlich ein Schaut's aus mit Bello Beziehungsweise Fort Können wir Können wir nicht Hab noch keine gemacht Team Nebby Dankeschön Jo vielen Dank Vielen Team Nebby Mal so ein kleiner Bildschirm hier Ich muss erst mal Brill aufsetzen Äh Naja Wels stirbt Und Ziele spendet Abgesprochen ist anders Aber es funktioniert Tyx da hast du natürlich recht So Äh Ich hab hier noch Ähm Sechsmal Painkiller Wasser Also der Der Tee läuft an Im ersten Cashmire Sehr schön Dann haben wir das noch Das noch Und das Essen wir gleich noch Gut wir haben draußen Ja direkt das Planschbecken Na da könnten wir die Gläser Ja ich hab auch vor Die Gläser aufzufüllen Ich hab schon 13 gesammelt Ich werd jetzt noch was trinken Und dann zieh ich los Hirnsturz So Ich hab gestandet Sieg mir aus 75 Euro Vielen, vielen Dank Ich will ein Check Endlich im PvP Action sehen Ja das wollen wir alle Okay Ihr könnt als Kämpfer Was trinken Da ist Zeug drin So Ich mach jetzt erstmal Die Treppe hier unten Weiter gleich Werden die Gläser dabei Ich hab's Ich hab's da Ich hab nämlich noch Ein Stück In die rechte Oder in die rechte Warte mal Leere Ich hab auch noch eins Alles in die Kisten Ich hol sie mir dann In die rechte oder linke Ist egal Ich hol sie mir dann raus In der rechten sind sie jetzt drin Ja genau Du ich die aus der linken Gleich mal raus Was bist du? Bin kurz mal weg Gleich wieder da Jawohl Ja Ich bin auch kurz AFK Sonst Na ja Ja nur zu Der Schnitzel klopft da Die Treppe weg Binkelpause Ja muss sein Also kleine Binkelpause Nein halt es ein Das wenn sich rum spricht Ich hab hier sonst noch Ne leere Flasche Die hab ich mir extra eingestellt Oh das will ich nicht hören Das ist zu viel Info Viel zu viel Info Nein Das ist jetzt richtig unangenehm Kann ich neue Mitspieler haben Bitte Wir müssen die Gruppe neu auslosen Das geht so mal gar nicht Da bin ich wieder Dafür sind die anderen weg Ja Ich hab's mitgehört Oh wir haben ein Zombie hier drin Zum Böse Was? Ein Zombie Eine Dame Hier unten Direkt unten an der Treppe Ich komme Oh die wackelt zu viel Ja ja Jetzt rennt sie um die Ecke rum Nein Hab sie Ist down Ich geh runter Warten 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 Nicht schießen Hast du Woodframes dabei? Nicht schießen Ich? Ne doch Klar Was denn jetzt? Ja ich hab sie Ich will wissen wo die herkamen Schade Dankeschön Danke Trinken sind wir voll Wie sieht's mit Ah essen Okay sehr gut Ich muss das leider aufessen Oh War's alles? So viel war hier nicht Essen Das geht nicht Oh Herr Schrömer Herr Schrömer Ja Jackie hat seinen Schatten verloren Zumindest kurzzeitig Bitte da So ich hab ein bisschen Wasser Das ist jetzt nicht so schlau Wir haben hier doch noch 16 Fleisch und 10 Eier Ist auch noch 9 Fleisch in der anderen Kiste auch drin Oh Velcry died So dann machen wir doch mal hier Das ist in der anderen Kiste Das sind ja auch nochmal 33 Eier Leute wir leben im Paradies Ja Omega died Was ist denn da bei denen los? Ich glaub die werden von den Zombies überrannt Wahrscheinlich Anfänger Hatten wir nicht den Grill auch noch? Ach ja Ja Grill ist im ersten Feuer Grill und ne Eier alter Check gleich einmal teilt Ähm 21 Bacon and Eggs Und 4 Grilled Mets schmeiß ich mal an Dann ist genug zu essen da Dass wir uns alle satt essen können So wo ist denn die Tante? Gleich tot Ach du bist unten? Nein ich bin am Abräumen In meinem Tränennest Okay Hier brennt Ah Tüks Tüks Ähm Ist schön dass du Dass du das da reinschreibst Aber Ähm Bitte nicht spoilern Also dass irgendwelche Probleme sind Ich staunt Dann haben wir Das haben wir damit schon gerechnet So ich hole mir die restlichen Gläser Ich hoffe ihr habt sie alle irgendwo hier in die Schubladen getan Ja in der Rest sind 18 Ist lieb von dir Tüks Aber bitte nicht spoilern Ich fülle jetzt neu auf Ich fülle neu Wasser auf Okay ich glaube hier weiter weg den Rest noch Sie sind da Alles klar So ich empfehle mich Bin gleich wieder da Jupp Und Seele spendet 5 Euro Sehr nice Dankeschön Aber er zieht es konsequent durch Also das muss man Muss man ja schon mal sagen So ich nehme mir auch Danke schön Ja bitte Du nimmst da ganz schön was raus So So ich komme mit Wasser zurück So ist er So ist er Jo die Rambe ist auch gebaut Das kann man doch eigentlich als Base nehmen Dürfen wir überall looten Ja Ja looten dürfen wir überall Ja mach 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 Alles klar Also wir können von hier aus Wir brauchen dann auch Tee ne Wir müssen neu Tee holen Sammelt dann Gelben Tee Sammelt gelben Tee Hallo Ja Ja Ist ja Tagsüber So ich stelle nochmal vier Fackeln her Warum zerklopft du den Frame Wenn du ihn aufnehmen kannst Was für ein Frame habe ich den zerkloppt Ich habe den Du hast meinen zerkloppt Den ich da hingelegt hatte Ist schon rum Egal Ach so Ach das habe ich gar nicht Völlig egal Ich habe ich gar nicht Habe ich gar nicht gemerkt Wir hatten wir vorhin Donners Dankeschön Wir hatten vorhin Schon mal Danke Den Link für den Multistream Fertig gemacht Er steht schon Der Forge Hat schon einer was gemacht Aber danke Du kannst höchstens Chris Chris Dankeschön Ich baue uns jetzt ein Bello Kommt das noch bei euch an Ja Das kommt an Ich bin bloß gerade mit Chat hier beschäftigt Also ich kümmere mich jetzt um die Forge Bitte Ich habe ein Bello schon in Auftrag In vier Fackeln Ich hänge die gleich irgendwo hin Fackeln könnt ihr euch nehmen Wenn ihr sie braucht Einfach abgreifen Jawohl Dankeschön Ja Max genau Super Hast du hier schon mal Kannst du den vom anderen Team Vielleicht auch nochmal reinsetzen Dann Also es gab ich Dankeschön auf jeden Fall Genau Auch mal für das Angebot Und auch Und Checky Checky Läuft bei dem Läuft oder Also ich weiß Ich weiß jetzt Von der Logischweite Von Check Irgendwie die tolle Gruppe Moin Chris Ja Dass die ein paar Probleme haben Dann hier ist das Folgenende Wir haben vier Uhr Auf Wiedersehen Wir sehen uns In der nächsten Folge Genau Stimmt